ach du scheiße und noch mal tut mir leid leute es ist aber wirklich anstrengend weil da musst du laufen du kannst ja nicht das so packen hier liegt noch molly ich hab alles guck mal ich bin hier oben so geschafft wir antwortet Er soll noch wie spät aufwählen. Du hast die Pipe, ne? Ja, natürlich, ich hab die Pipe. So, Coach ist hinter dir. Jetzt bin ich hinter dir. Hier oben geh'n Zwischenstopp kurz, oder? Ne, da oben, ja, machen wir, können wir ruhig machen. Wie du willst. Aufpassen! Jetzt kommt der Tank. Pipe, hab ich noch. Gut, Pipe ist wichtig, dass du die noch hast. Da ist der Tank. Ja, lass ihn ruhig. Komm weiter Rambo, komm, ich brauche die Pipe. Ich hab Sprutze eingesetzt. Nimm die Pipe. Jetzt kommt die Pipe, jetzt brauchen wir die Pipe. Ja, schon viel besser. Viel besser, Rambo. Ja, genau richtig. Ja, wir schaffen. Ja, die Pipe, hast du gesehen? Da braucht man die. Wo geht's rein? Da. Ich hab' keine Zeit für Zombie jetzt. Ich will zum Heli. Ja, ich komme, ich hab's geschafft. Die sind da, die sind da, wer noch? Die Zombies kommen auch mit, wann haben wir hier leben? Hauptsache, der Tank kommt nicht. Null. Wenn wir jetzt hier drinnen drauf gehen, dann wär ich so. Der Tank kommt hier auf uns, der kommt nach uns. Komm mal raus und noch ein bisschen beim Kreis nehmen wegen der Tank. Mann, lass dich doch einfach downen machen da. Wir wollen weg! Wir haben's geschafft! Komm hier, wir gehen durch den Piloten ja ründer! Lass, lass uns rein hier! Kackpilot! Oh, lass ihn doch liegen, lass uns! Die Horde, komm, die Horde bereit machen! Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben's geschafft! Das ist einfach nur die Taktik, die Pipe genau in dem Moment zu werfen, wo sie so einem entgegenkommen. Perfekt gewesen. Überleben. Na, da haben wir denn alles. Jetzt noch mal nachschauen, da kannst du drücken wie du willst mit deinen Häkchen. Interessiert uns nicht. Wir gucken uns die Punkte an hier. Obwohl die nicht gerade besonders diesmal sind bei mir. Aber egal. Hier, verbrauchte Schmerzmittel, verbrauchte... Verbandzeug, alles hier. Ah, dies hier hab ich benutzt. Redix, verbrauchte Rohrbomben. Wolli hab ich am meisten. Nachkampf geht's Redix. Hö, Hunter, Boomer. Smoker hab ich ihn. Smoker und Jockeys hab ich ihn. Und Smitter. Smitter auch, ja. Und mehr Infizieren. So. Und am wenigsten Schaden erlitten. Ja. Das war wohl der Morten. Bitch, yeah. Der vermeinten Brüder hat ein Verhalten. Ja, Verbündete geheilt. Genauigkeit. Ja. Und Kopfschüsse. Yeah. 1771 Zombies wurden dabei verletzt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und schau bei den letzten Runden rein, glaub ich beim nächsten Mal, ne? Ciao. Kyll am 5. Vielen Dank.